Hat der Schwung, Alter, mein Mann. Ja, Leute, Haus, hast du gerade gesagt, darf ich nicht deine Leute töten? Du hast gerade eben gesagt, ich darf wahrscheinlich, dass ich deine Leute umbrechen. Aber hier bringt mir das gar nichts, sondern hier muss ich nochmal alles löschen. So, die Kanonen schießen auf mich, ich will aber auch effektiv sein. Heißt, ich baue erstmal ein Grundgerüst. So. Was zum Teufel, was sind das für Räder? Sind das auch Motorräder? Motorwheel, Smallwheel, Ladswheel. Probier mal aus. Das sind keine Motorräder. Wie bewegen die sich dann? Oder? Ach doch. Ich würde sagen, einfach vor eine Flammenwerfer dran und überfahren, oder? Ja, aber es geht ja darum, dass da auch noch Kanonen schießen. Du brauchst wieder einen Lenker wahrscheinlich, ne? Nö. Probier erstmal aus. Einfach gerade durchfahren. Feuerschutz? Mhm. Mhm. Probier erstmal. Nope. Keine Chance. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ich brauche also wirklich ne Lenkung. Aber wie willst du dem, äh, den Kanonen etwas entgegensetzen? Du musst 90% von allem zerstören, also auch die Kanonen. Ich glaube nicht, dass, also, ja, Knights, Tens und Cannons, ja. Aber dafür muss ich die Kanonen nicht unbedingt zerstören, glaube ich. Weil das wäre ja sehr schwer zu machen. Wenn ich dann hier sage, rechts und links. Links. Die Räder einfach voller Blut. Hammer geil. Na, warte. Das wird jetzt einfach mein Ding zu wählen. Mach doch vorne kleinere Räder. Links. Etwas kleinere Läder vorne. Scheiße. Eins. Links. Oder irgendwie so. Nein. Okay. Also, ich kann denen einfach was zu Wert setzen, indem ich die... Pack einfach zwei Kanonen oben drauf. Ja, stimmt. Das kann ich auch machen. Ich kann einfach Kanonentürme bauen. Mach Kanonen drauf, dann kannst du die Kanonen da abschießen und... Also, wenn du in der Nähe stehst, dann werden die zumindest beschädigt. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So, pack ich dann... So und so. Klammbeerfarräder oder was machst du da drauf? Dann mach ich einfach... I... Und O. Oder U. Hä? Das hier da drauf, das hier da drauf und... Das geht? Dann krieg ich dann auch noch ein... So. Eine andere. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Also, zuerst mal mach ich das hier an. Dass die sich schon anzünden. Okay. Die zünden auch mich an. Das ist nicht gut. Scheiße. Achso, okay. Okay, okay, okay. Du bist die kaputt. Ich muss erstmal... Ich muss erstmal... Wow. Du bist nicht kaputt gegangen. Dein Lengrad ist nur weg, weil du nach hinten gefahren bist. So schnell. So. Hier ist jetzt die hier. Wow. Alter, ist das ein Kackteil hier gerade. Mit was willst du die Kanonen? Mit I und U und Überhaut. Aha, so. Und jetzt... Z. Ach, scheiße. Das war die falsche. U. V. Oh. Der Türbein. Alter, warum? Aber das ist schon gar nicht so schlecht. So. Oh, das war gut. Und was machst du das mit? U und I? Und mit was schießt du? Mit C auf der einen Kanone? Mit C auf der einen Kanone? Nur jetzt. C. Alter, das gibt's doch nicht. Der ist zwei. Ah nein, du hast die echt geschrottet. Was tut denn für ein Luck? Ja, ein ziemlich großes würde ich sagen. Alter, wie das aussieht. Bin ich einfach... Ja, natürlich, alter. Okay, die müssen halt erstes zerstört werden. Komischen Bogen schützen hier. Komm! Lauf rein! Irgendjemand. Komm, komm, komm. Ui, wie wenig steht denn noch, man? Komm, einer noch. Einer noch. Der rollt noch. Aha. Vernichtung! Ja! Oh mein Gott! Da ist die andere Kanone getroffen. Schnell noch Y anmachen, bevor ich da überhaupt keine Kontrolle mehr hab. Ah! Das letzte Rad! Das Brandrad! Das Brandrad! Bitte! Nein, es blüht nur noch! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was für diesen epischen Sound! Aber die, 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 die brennen jetzt alle! Ja, aber das reicht nicht! Und das Fettlager komplett steht! Weißt, wie wird wir machen? Was denn? Ich weiß nicht, wie hoch die, die Dinger, äh, gehen können, aber... Wir können ja... Nen Bom... Wow! Den hätten wir auch die ganze Zeit nehmen können! Hm? Toll! Ach, scheiße! Es gibt extra so einen Katapultkorb! Oh, so wird dumm! Ja... Das sah irgendwie so anders aus! Machst du jetzt vorne Bomben ran, oder was? Ja! Auf jeden! Ja, was denn wir nicht hören fühlen, du musst fühlen! Jetzt machst du einfach vorne so eine Reihe mit Bomben ran, und dann explodiert alles, oder was? Am besten machst du auch noch Feuer direkt mit dran! Ah, das wird sofort abbrechen! Das wird auch jetzt schon sofort abbrechen, oder? Ne, ne, wir machen hier ja kleine... Wow! Da bin ich jetzt schon zu weit raus, oder was? Aha! Was denn das? Räder! Ich hoffe, dass sie das halten! So, und dann kommt hier drauf nochmal eine... Was soll das denn jetzt? Ex und Ex! Einfach immer maximalistisch bauen, das hilft! Ja, das hilft immer! Das kennen wir ja das System mittlerweile! Ohne Scheiß, das hilft echt! Einfach so viel Masse bauen, dass die das gar nicht... Mach am besten einfach nur ne riesige Festung bauen, die einfach nur ne ganze Zeit schien! Jo! Auf jeden Fall! Wenn das eine davon runterfällt, dann geht's richtig ab! Mach auch Feuerbälle rein! Mach meinetwegen drei Bomben und zwei Feuerbälle, damit das auch weit tragender sein kann! MAXIMUM DESTROY! Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, flammender Ball. Komm, komm, komm. Nochmal versuchen. Scheiße. Alter, was war das denn? Wir brauchen, wir brauchen. Aber einfach nochmal. Wir müssen ein anderes System noch anwenden. Warte. Dieses System nennt sich Masse. Es gibt es noch nicht so lange, aber einige von euch werden es kennen. Ja, wir packen hier hinten einfach noch Bomben drauf, die dann nach meiner Theorie das Ganze dann nach vorne sprengen, oder nicht? Wenn wir jetzt einmal getroffen werden. Da hinten. Ja, sicher. Oh man. Ja. Alter, was guckst du dir da an? Nein. Alter, das gibt es doch nicht. Was steht denn hier noch? Ach, die komischen... Das ist das Zeltlager. Nee, das Zeltlager habe ich gerade schon fast ganz niedergemäht. So, jetzt nochmal. Das ist auch hart auf dem Lack zu tun. Ja, Mann. Nee, so weit war ich gerade eben auch schon. Ich muss direkt laufen. Ha? Komm. Paar noch. Ja, da brennt. Da brennt wieder einer. Da brennt wieder einer. Der stirbt. Komm. Komm. Los, Feuerball. Tu's. Do what you have to. Alter, hier hinten sind einfach noch Sachen. Da liegen noch Leichen rum, Alter. Scheiße. Wieder ein oder zwei Leute gefehlt. Ja, zwei Leute. Einfach nochmal versuchen. Scheiße, diesmal hast du hinten gar nichts erwischt. Du, ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert hier so noch nicht so ganz. Das reicht noch nicht. Wir tauschen mal eben Plätze. Warte mal, haben wir noch Platz nach hinten hin? Ja, das hier können wir ja weg machen. Okay, das finde ich gut. Dann können wir nämlich hier noch. Noch mehr? Nein, 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 nein. Dann können wir hier vorne haben wir das. Und dann machen wir das hier noch weg. Moment. Machen wir das hier. Hallo? Achso. Wow, jetzt habe ich hier den Halter weggemacht. Sehr gut. So, machen wir das so. Wow, wie weit muss ich denn nach vorne, Alter? Das wird dann vor uns hergeschwurrt. Und dann... Ne, warte, wir müssen noch weiter nach hinten. Wir müssen es voll ausreizen. Ja, passt so. Jetzt hoffe ich mal, dass das geht. Nein. Okay, dann machen wir es wenigstens in den... Nach vorne an den einen ran. Ja, genau. Hä, wieso geht das denn nicht? So, du bist zu hoch. Scheiße, ach egal. Ach, shit. Alter, da... Du bist zu spät losgefahren. Ja, Mann, das sieht gut aus. Das läuft. Nein, tut es nicht. Scheiße. Oh, Junge. Wir wollen auch nur mit Dummheit da rein, ne? Anstatt das mit System zu machen. Ja, wir gehen... Ja, nein, das ist ein Problem. Wir gehen einfach so mit roher Gewalt rein. Wir machen einfach nur Brutalität. Das ist unser Problem. Genau, das Richtige tun wir. Okay, wir müssen... Irgendwie müssen wir die Kanone da oben abhalten. Warte mal, was ist denn... Wenn wir jetzt mal hier... Unsere U-Waffe nochmal... Nein. Unsere I-Waffe nochmal zücken und damit... Oh nein, jetzt haben wir uns selber... Nicht nur... Weil wenn die da vorne... Ja, eben. Die schießt uns nämlich immer ab. Ach, verdammt. Fuck. Das ist irgendwie dieser Fleck auf dem Boden, also. Alter, das ist unbezahlbar. Ich hab's ja auch... Da will ich mal versuchen. Die Explosion einfach. Ja, ich geh mal eben pissen. Tu des. Also... Hier ... Das klappt nicht so ganz. 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 Das klappt nicht so. Das klappt nicht so ganz. 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 das ginge natürlich auch dass man darunter halt eine bombe klebt dann fliegt man ganz viel los und dann koppelt man die ab ja ja genau und da die e gleichzeitig diskonikten müssen hört sich das gar nicht mal so schließend über die bomben anpacken oder eine reichte erst mal für die mitte in dem level brauchen wir ziemlich lange ja oder nachkommen ein bisschen flugkraft nach vorne wäre vielleicht gar nicht so schlecht und ein bisschen mehr noch glaube ich nicht nicht o sondern vorwärts taste dann bin ich ja vorwärts okay das hat nicht gut funktioniert okay das hat auch noch weiter die hast du alle rasieren mit dem versuchte erst mal ja schon also so funktioniert es nicht der kipp nach vorne händen so einfach schmeißt die bombe ja noch ein stück mal sie ist ja dann offen versuchte einfach noch mal ja wahnsinn wahnsinn ja ja noch mehr flugkraft war ach so wie kipp nach vorne über mein gott und ich denke die ganze zeit hey was the fuck so halt wir müssen blocks nach vorne setzen jetzt hat er das gerade geklappt das teil und die hände alle hin die dumm die klatschen sich selber geil war es nochmal ein bisschen mehr davon da ist mein hauptteil wo wo so mich denn hin da vorne bin ich das ist mein der block der wichtig ist so dafür fliegen gelandet gelandet okay öfter versuchen ja ich will es ja aber so machen dass kein zufalls dingens wird sondern ein einfach mehr einfach mehr einfach wieder alles auf dem was das ding gar nicht mehr muss aufpassen und sitzt zu schwer ach quatsch dann packen wir halt ein paar ballons da dran ach quatsch ich mach einfach wieder auf dem wasser einfach immer mehr dran und immer geht das schon ich hab diesen richtig ekligen entzündschleim in der lunge und ich hab diesen richtig geilen bizeps so wie pack ich denn da noch mehr dingens hin ok das funktioniert ich falle locker beim ersten flug mega runter ja Stütze ja das stimmt verhindene Stütze hin ratzen vor uns dem nur umfällt ja gut aber wir kommen dem dem Woll- oder Will-Ergebnis schon näher so dann haben wir hier schon mal eine gute Grundlage das ist keine gute Grundlage aber wir kommen versuch erstmal ok zu schwer Ballons ja nicht alle hinten dann fließt das Ding ne ich will die schon alle zur seite machen das ist jetzt zu viel oder denkste ja glaub ich nicht hohohohoho ja die Ballons gewinnen die äh die 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 Bomben glaub ich warte 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 na schade war schon gar nicht so schlecht ne einfach nochmal ne jup jup dieses Ding haben wir kein Zinn alter wow ah ich hab ne Idee genau packen hier einfach statt das Ding und hier statt das Ding packen wir hier auch nochmal diese Disconnect Teile ran die Disconnecten wir dann aber mit Shift und dann packen wir hier dran nochmal die Dingers so und so und dann der Taste drücken und O und dann früh genug Shift dann können wir da drauf nochmal schön ne Bombe absetzen ok das war heftig wie hast du dir jetzt abgesetzt wie hast du es geschafft die abzusetzen mit Shift so achso der hat die so raus ja der pimpt die dann so raus das war echt heftig und du tust halt nur wieder unten das ist das Problem ich solltest du versuchen in der Mitte eher zu treffen mach das doch später wie macht das doch später ja kann ich nicht weil sonst explodieren die direkt vor mir wenn ich die so rollen lasse so ist das ja ok und dann muss ich nur versuchen noch irgendwie bis nach vorne zu kommen jetzt hm hm zu spät boah da brennt der nächste die zünden sich jetzt erst nochmal an aber die Kanonen machen auch nochmal ganz nochmal eine ganze Menge aus so warte und das hier muss auch noch weg und das hier auch die müssen nämlich über außenblocks anfügen was möchtest du machen eventuell warte darf ich kurz nee sag mal einfach erstmal Kanonen einfach noch da in diese Mitte ran packen weißt du ja da in diese freien Lücken da auf den gestell einfach zwei Kanonen drauf oder da unten ja aber wenn ich die dann explodieren dann mach ich so einen Satz nach hinten ja aber das kannst du machen nachdem die Bomben abgefallen sind und du falsche Richtung und ähm du kannst ja die Venture hinten noch ein paar Leute abbrauchen weißt du ja ja du kannst versuchen wenns ok jetzt geh wegen den Kanonen alles instant kaputt oder was ich weiß nicht ob das jetzt an den Kanonen ist nein mags nicht hä was zum Teufel wenn man mal wüsste welche zuerst hochgehen ah das liegt das liegt glaube ich an den neuen Biken die du gemacht hast vorhin war das nicht so hä andere Seite muss nochmal das Teil was hier so dahin und dahin und dann hier nochmal xxn xxn so und dann brauchen wir das hier wieder und das muss dann left shift das hier muss auch mit left left shift so ich check gar nichts mehr abwerfen noch abwerfen noch alter mal funktionieren hehehe mal funktioniert es auch mal nicht das geht doch nicht hehehe hehehe scheiße hehehe 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 das funktioniert hier irgendwie nicht ganz hehehe irgendwas läuft da ganz ganz falsch verdammt jetzt hab ich da schon wieder das Ding ins Abgebot das wollte ich doch gar nicht so ich kann ja im Endeffekt es ist ja egal wie ich so nochmal hier left shift so und das hier auch nochmal ab und das hier ab und das hier ab und das hier ab so und dann das hier und dann das hier so dann kann ich nämlich komplett releasen du weißt was ich meine? mhm mhm wenn hier halt komplett da rausgelassen und könnte nicht vorher explodieren ja gut okay so unter dem speziellen Fall schon aber so kann ich die Bomben schon mal abwerfen das finde ich ja ganz gut ja wie weit fliege ich einfach Alter ist das ein anstrengendes Level da will ich gleich ein paar Mal ausprobieren das wird's vielleicht auch wechseln oder so hey das war gar nicht so schlecht also ich habe auf jeden Fall alle getötet und zumindest fast alle das wow jetzt sind es doch die beiden Kanonen die mir fehlen alter ich kotze hier gleich so und dann muss ich den hier auch noch ändern in Steuerung so dann habe ich den nämlich unabhängig voneinander ja dann kann ich nämlich erst ja dankeschön erst den hier alter nefter jetzt nicht so dann schmeiße ich den da erst hin oha okay 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 das Gewicht verteilt sich nicht ganz optimal na was haha ja komm alter ist das ein ach Gott was mach ich denn jetzt was ein Level ey ja komm fick dich Alter diese Kack-Kanonen ey ich fick die alle in den Arsch weißt du aber fallen lassen müssen gibst zu schnell auf wie ich geb zu schnell auf haha anstatt das Ding fallen zu lassen war es genau über den drüber jetzt eins warte 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 weißt du ja ja super ja ja das wär nicht mal das richtige Teil das richtige Teil oh man nein die Kack-Kanonen uuuhu 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 uuuh das gibst nicht uuhu uuu somewhere uuuuh und iiile uuhuuhun haben uuhu jaja wieder falschamen abufflen ein scheiße klar schrift nach hinten und nach vorne noch welche setzen die sich dann auch noch mal verabschieden wenn da ging es drauf kommt er das kann auch gar nicht mehr wahr sein so langsam irgendwann sind die möglichkeiten doch auch was erschöpft oder nicht so dass man jetzt als steuerung steuerung so packen jetzt auch noch mal von den dingern dinger drauf da hier bombe drauf ach scheiße da noch nicht hier kommen wir drauf kommst gar nicht mehr hoch voll locker siehst du voll locker und mann und wolfgang wolfgang zieht es wieder wollten wir nicht eigentlich nicht auf masse gehen das system das ist mein system ist die masse ach jetzt auf einmal doch kommt hier halt noch so ein ding sind der hier kann auch verschwinden steigen noch nicht hoch genug nicht schnell ich bin jetzt das ist so gut erkannt meine zehn jahre sind das aber vor allem schon eine halbe stunde an dem level hatte ich 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 das ist das das sind die plätze tauschen ja lol ich kann auch die zeit anhalten nach so guck mal der coca die baum ok steht da drauf gar nichts ja warte ich will ich will die nummer hier persönlich kennenlernen die wichser ja tach günther fick dich man scheiße hier du bitte schön kacklevel das alter das ist echt nicht easy gerade easy ist das alter easy es ist einfach nicht easy sehr gut soweit waren wir schon was zum teufel hä ja warum ist meine ansicht eigentlich so behindert wie deine ansicht ja ja ist achso wie du ihr seid ihr seid ihr seid ihr seht ihr seid ihr seid ihr seid ihr seid ihr seid ihr Super, wow, ich bin so überträgt von Naimanbuhr. Scheiße. Was das hier funktioniert? Ich habe einen Soldaten mitgerissen. Tobias, Edmund, Milo, die sind alle tot. Oh Mann. Hä? Sehr schön einregen. Die schießen ihre eigenen Leute nieder. Was sind das denn für Hurensöhne? Scheiße, das ist so schwer dieses Level. Was ist das los? Aber ich habe noch gar nichts mehr. Wir haben Monster Penis. Ja Mann. Ja, ganz genau. Alter Panzer des Todes. Ist kaum Panzer, oder? Vorne drauf, vorne drauf Stöcke, vorne oben, also nach oben gerechtet, denkrechte Stöcke. Ja, da komplett lang, da komplett lang. Überall. Aber die ganze vordere Reihe voll. Nehmen nur die vordere Reihe. Oh, Junge. Wie, oh Junge. Warte, erst mal muss ich hier. Machst du? Hä? Ah. Machst du da oben einfach auf den Boden sitzen. So, und jetzt vorne liegt die Reihe durch, ja genau. Wieso ist das denn? Und dann auf Abwehr da unten das Schild neben dem Flugzeug. Ja. Damit das ganze vordere Teil vollkraschen. Und dann schon mal ein Panzer. Weitere Teil der Böse kommen. Gerade ging das oder? Hm. Oh, ein Hirsch. Achso, wie hast du denn die Tritt beer aufgetrunken? oh scheiße war da jetzt R2D2 in der frühen Phase schutzkasten vor die räder basteln schutzkasten vor die R2D2 in der frühen Phase da fährt er nicht mehr hier kannst du keine Widerramen machen oben dran auch noch also ganz vorne um kippt gleich nach vorne vorbei und den soll nicht schön aussehen nö aber es soll halten 200 Tonnen Stein warte was passiert wenn ich jetzt das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße mann durchste scheiß Kanone zu seiner Mutter ficken rotzkanone alter schutzkasten ich kann doch mal warte eine 3,4 h schlitt er an diesem scheiß Teil und er in 5 minuten Eine Maschine, die rotzelscheinend aussieht, wie eine Raubhöhe sich bewegt und einfach nur auf Masse ausgelegt ist. Und er fährt einfach da durch und innerhalb von einer Minute klatscht er da alles um. Junge! Scheiße. Next Zone. Können wir nicht mehr das Rennen finden, aber hauptsache so ein Level.